Und zwar brauche ich euch jetzt im Hintergrund, wir machen so einen kleinen Werbefilm, für 10 Sekunden ist es, weil ich am 8. Juli 2017, nächstes Jahr, spiele ich nicht im Stadion, sondern in der Waldbühne. Ich habe noch nie in der Waldbühne gespielt und möchte unbedingt in der Waldbühne spielen. Und ich würde... Entschuldige bitte, mein Schlusskonzert mache ich ja wohl in Berlin oder soll ich jetzt nach Köln gehen oder bei dir in Zölfen? Sorry! Freunde! Ey Freunde! Wir sind der Hauptstadt! Und ich möchte, ich möchte, ich sage dir kurz, sage ich das hier mit dem Mikrofon, ja? Heißt es mir scheißegal, mach einfach. Okay? Dann sage ich das kurz und wenn ich fertig bin, dann geht ihr einfach ab. Tim, machst du mal ein bisschen Licht, sonst denkt man, ich bin bei mir im Keller. Hast du, sieht man das, sieht das geil aus oder? Könnte noch heller sein. Ist ein bisschen dünn, wa? Ey Tim, mach mal hinten, kannst du hinten auch noch so ein Licht machen? Mehr Blender, so? Sieht schon geil. Soll die aufstehen? Ne, pass auf, ich gehe runter. Soll ich runtergehen? Ist das cooler, wenn ich runtergehen? Reicht das Kabel? Hat mir einer noch Fragen? So, Alfons. Wuhu! Hältst du? Wuhu! 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 Ich muss ja, hier ist ja vorne alles voll Feuerwerk. Gleich, mikrofon weg. Oh. Oh, hier. Ei, 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 ei. Das sind die alle gebaut hier. Brennt dann das Kabel, wenn es direkt hier drüber ist? Ja, wa? Na, dann brennt halt Kabel, ist doch scheißegal, dann mal zweites. Tag! Hallo! Ich komme zu euch. Warum hast du denn die Decke bei? Habt ihr eine Jacke? Weil kalt ist? Die ist kalt? Alter, da oben sind 2000 Grad. Hat's dir Spaß gemacht? Ja. Echt? Hab ich von oben nicht gesehen. Porno, hast du? Ach, du hast mich noch. Hallo, guten Tag. Hallo, ey. Ey, ihr seid echt frühe. Hallo, 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 hallo. Hat deine Kamera überhaupt diese Qualität? Reicht das? Na, Mädels? Ja? Ist das dein Freund? Machst du Schluss mit dem? Ich hab viel geschwitzt, das willst du nicht riechen. Bist du soweit mich ja... Okay. Am 8. Juli 2017 bin ich mit all meinen Freunden, die hinter mir sitzen, in der Waldbühne in Berlin. Ich verlasse mich auf euch, dass ihr auch kommt. Wir spielen so lange, bis alle es gesehen haben. Also Abschlusskünft, danach ist Feierabend am 8. Juli 2017 in der Berliner Waldbühne. Und ihr seid dabei, oder nicht? So, diese Stimmung ist dabei. 8. Juli 2017, Waldbühne. Ihr seid dabei. Geile Vorgruppen, geile Bühne, geile Show, geile Fans. Danke, dass es euch gibt.